Ich komme leider immer nur zweimal die Woche zum Üben. Dann will ich mehr als ich kann. Nicht vergessen, du machst das für dich. Sei froh, dass du zweimal in der Woche üben kannst. Es gibt Profi, die das nicht machen. Oh, das habe ich nicht gesagt. Ne. Dass du schon zweimal in der Woche mit deiner normalen Arbeit, Tätigkeit usw. einen Platz findest, zweimal zum Üben und dann zum Proben usw. Also so, ich finde, klasse. Mehr kann man absolut nie verlangen. Das kannst du nur von dir selber verlangen. Das möchte ich besser machen, das kann ich anders machen. Aber das ist eine Forschung, die du suchen kannst in deiner Übungsphase. Ihr müsst aufpassen, ist, die Melodie, also wenn ihr die Melodie habt, dass ihr da manchmal nicht zu früh kommt. Also, di da da di. Und kommst du di da da di da. Di da 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 da. Di da da da. Da nicht zu früh, genau. Weil, also wenn ihr da alleine die Melodie habt, wäre es kein Problem. Aber ihr müsst halt alle zusammenspielen. Sonst gibt es da ein bisschen so eine Unwohl. Ist es normal, dass es so viel Teile ist? Wie oft übst du eine Lippentrille? So zehn Minuten vielleicht. Viermal die Woche. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Ich habe eine lustige Weise, dass du mit Lippentrille kommst, das ist für mich relativ gut. Aber ich habe zwölf laufende Wetten. Okay. Davon die Hälfte in München, die Hälfte in Stuttgart mit Studenten, die auch sagen, ich kann kein Lippentrille laufen. Ich habe gesagt, einen Monat lang, jeden Tag, zehn Minuten Lippentrille üben. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann kriegt ihr eine Kiste Bier von mir. Bis jetzt ist die Quote bei 100%. Okay. Ist, glaube ich, tatsächlich macht es da die Menge, dass man es oft macht. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So. Grundsätzlich funktioniert der Lippentrille nur mit einer einzigen Sache gut. Mit Lüften. So. 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 Warum sprachst du hier? Ich spiele und dann habe ich... Du hast nicht gedacht. Du hast nicht gedacht, dass es schrecklich ist. Wenn du schädig bist, musst du hier sein. Aber du musst nicht spielen. Du musst nicht spielen. Das sind die zwei Städte. Das sind die zwei Städte. Die Städte ist zu spüren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020